Montag ist Wohntag. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show. Wenn Sie die ein oder andere Folge vielleicht schon mal gesehen haben, dann haben Sie vielleicht festgestellt, dass ich ganz besonders Kombiprodukte mag. Und wenn die dann auch noch richtig toll aussehen, dann erobern Sie definitiv mein Herz. Und mein Herz hat definitiv auch Chetina erobert. Die ist nämlich heute wieder da. Hallo Chetina. Hallo Claudia. Schön, dich hier zu haben. Ja, ich habe gerade gesagt, wir haben ein tolles Kombiprodukt. Und wenn Sie mal so ein bisschen hinter mir und da hinter mir schauen, sehen Sie, wir sind heute nicht bei mir zu Hause, sondern im Möbelhaus Höffner in Waltersdorf bei Berlin. Vielleicht schaut der ein oder andere Gast auch noch mal kurz in die Kamera rein. Aber wir kümmern uns jetzt erst einmal um diesen tollen Couchtisch Grado. Und ich finde, der sieht wirklich richtig, richtig schick aus. Auf jeden Fall. Wir haben hier einen modernen Couchtisch in weiß, der aus einem Holzwerkstoff gefertigt ist, der weiß lackiert ist, entsprechend. Und on top eine Glasplatte, die auch noch temporiert ist. Ja, und die sieht auch richtig toll in Edel aus. Sag mal, wenn hier irgendwas umkippt, das kann man ja auch ganz einfach mit einem Lappen und Wasser abwaschen. Ganz easy, ja. Wir haben ja hier eine glatte Oberfläche durch das Glas und allein mit einem Zeber ist es wieder sauber gemacht. Ist alles wieder schick. Und der Metallfuß, das ist gebürstetes Edelstahl, oder? Richtig. Und das absolute Highlight ist ja, wie ich hier mal am Anfang versprochen habe, das ist ein Kombiprodukt. Das heißt, aus diesem richtig coolen und designten Couchtisch Grado zaubern wir jetzt einen Esstisch Grado. Das machen wir jetzt mal. Ja. So, hier unten ziehe ich ein Pedal und wenn ich das drücke, schiebt der sich ganz einfach aufgrund des Gaslifts nach oben. Ich hätte auch zwischendurch anhalten können. Richtig. Aber das ist halt die optimale Höhe für einen Esstisch. Welche Höhe hat der jetzt? Jetzt haben wir eine Höhe von 75 Zentimeter, die typisch für ein Esstisch ist. Wenn wir ihn unten wie ein Couchtisch benutzen, haben wir eine Höhe von 47,5 Zentimeter und können dann natürlich zwischen den beiden Größen variieren. Je nachdem, wie ich es gerade brauche. Genau. So, und wir zaubern daraus jetzt noch einen Esstisch. Das heißt, ich löse die Arretierung. So, und auf drei. Ziehen wir zusammen, oder? Ein, zwei, drei. So. Bis zum Anschlag und dann wieder zu. Genau. Und dann schiebt sich sozusagen dieses Mittelteil heraus. Und was für eine Länge haben wir jetzt? Ausgezogen ist der Tisch 150 Zentimeter lang. Perfekt für bis zu sechs Personen. Und wenn wir diesen wieder zusammenschieben, ist er 125 Zentimeter lang. Ja, und aus dem Esstisch lässt sich natürlich auch ganz einfach wieder ein Couchtisch zaubern. Das zeigen wir Ihnen gleich. Jetzt haben Sie aber erst mal ein paar Minuten Zeit, sich gerade noch etwas genauer anzuschauen. Wie alle Höfner Produkte können Sie natürlich auch gerade im stationären Handel erwerben. Sie können die Hotline anrufen oder auch im Onlineshop bei höfner.de vorbeischauen und den Tisch bestellen. Wenn Sie im stationären Handel sind, vielleicht haben Sie ganz viel Glück und Sie sehen Chitina. Vielleicht. Kann Sie vielleicht beraten. So, und jetzt kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Detail und das ist der Preis. Chitina, was kostet Grado? Ja, liebe Claudia, der Kunde bekommt hier nicht nur ein Couchtisch, sondern auch einen Esstisch, der auch nochmal in der Höhe variabel einstellbar ist. Für einen Preis von 3,99 Euro für eine Woche. 399 Euro für eine Woche. Liebe Zuschauer, ich kann Ihnen wirklich sagen, das ist wirklich ein richtig, richtig, richtig toller Preis. Denn wie du gerade gesagt hast, es ist ein Kombiprodukt. Sie können es im Wohnzimmer stellen. Sie können den Tisch auch in das Esszimmer stellen. Was wir noch nicht gesagt haben, der Tisch lässt sich auch mit Rollen, die unter dem Fuß sind, ganz einfach in der Wohnung verschieben. Also 399 Euro, wirklich ein richtig prima Preis. Und wir haben Ihnen ja gesagt, so einfach wie Grado sich von einem Couchtisch zu einem Esstisch verwandeln lässt, verwandeln wir ihn wieder auch zurück. Das machen wir jetzt, ne? Ja. So, und das heißt erstmal die Platten etwas auseinander, bis es knackt. Das reicht nicht schon. Nicht weiter, genau. Und dann versinkt die untere Platte. So, du drückst den Hebel und ich schiebe. Und schon haben wir wieder einen Couchtisch. Also, Sie haben hier wirklich einen wunderschönen und modernen Couchtisch Grado, der sich ganz einfach zu einem Esstisch umvariieren lässt. Wir haben hier einen Gaslift, der eine stufenlose Höhenregulierung zulässt. Und zudem lässt er sich von 125 Zentimetern zu einem Esstisch ausfahren mit 150 Zentimetern. Und bis zu 6 Personen haben Platz. Wir haben eine richtig schöne, schicke Glasoberfläche. Es ist echtes Glas. Und ja, das ist alles für 399 Euro. Ein super Preis. Genau. So, und wie gesagt, Sie können online kaufen bei hoffner.de. Sie können anrufen bei unserer Hotline. Oder Sie kommen einfach in den stationären Handel vorbei, lassen sich beraten und nehmen Grado mit nach Hause, wenn Sie ihn gekauft haben. So, Chitina, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch ein Käffchen. Genau. Wir machen uns mal ein bisschen gemütlich. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten, denn Montag ist Montag. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Produkte für Sie. Machen Sie es gut. Tschüss. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Produkte für Sie. Machen Sie es gut. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Produfte für Sie. Machen Sie es gut. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Produkte für Sie. Machen Sie es gut. Wir haben wieder ganz, ganz tolle Produkte für Sie. Machen Sie es gut. Wir zum kleinen Neuzen. Wir haben wieder ganz, ganz, ganz willkommen. Nochen Schafe sind어가ä notch mit seiner K ấy wieder. Wir kommen noch in der Inf Jeez. Machen Sie es gut. Wir haben wieder ganz, ganz